Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um das Additionsverfahren. Ich habe euch den Tipp auch gleich mitgebracht. Man addiert die erste Gleichung mit der zweiten Gleichung. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Es sind zwei lineare Funktionen, zwei Gleichungen. Wie soll man denn die addieren? Ich zeige es euch kurz. Also, erstens, erste Gleichung plus zweite Gleichung. Ich addiere den Linksterm der ersten mit dem Linksterm der zweiten. Dann mache ich ein istgleich und dann kommt der Rechtsterm der ersten Gleichung plus der Rechtsterm der zweiten Gleichung. Nur, was soll das jetzt bringen? Ja, tatsächlich ist das jetzt hier ein bisschen sinnlos gewesen. Denn normalerweise kennen wir es ja dann so, dass ein x herausgefallen ist oder ein y herausgefallen ist und wir dann einfach nur noch nach x auflösen oder nach y auflösen müssen, die die halt noch übrig ist und dann ins andere einsetzen. Was jetzt hier passiert ist, es sind beide noch da. Ja, hat also nicht so viel gebracht. Deswegen ist es gar nicht so einfach, immer und überall das Additionsverfahren anzuwenden. Wie das jetzt allerdings hier sinnvoll zu machen ist, das werde ich euch jetzt zeigen. Denn wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Gleichung so aufgebaut wird, dass am Schluss in dieser Addition auch das x herausfällt. Beziehungsweise man könnte auch überlegen, wie das y herausfällt. Ich habe mir jetzt überlegt, wie kriege ich das x raus. Das heißt, ich muss das so erweitern, beziehungsweise die Gleichungen so umformen, dass hier etwas steht, das durch eine Addition dann mit diesem hier herausfällt. Ich habe das jetzt zum Beispiel so gemacht. Ich multipliziere die erste Gleichung mit 2, dann steht auch hier 12x. Und die zweite Gleichung multipliziere ich mit 3, aber eben mit minus 3. Dann steht nämlich hier minus 12x. Und wenn hier plus 12x und minus 12x steht, dann würde das hier herausfallen. Ich zeige es euch nochmal ganz konkret. Also die erste 12x, ich habe die erste lineare Funktion oder die erste Gleichung mal 2 genommen. Dann muss ich natürlich auch hier schreiben 10y und das ergibt dann die 2. Jetzt nehme ich die zweite Gleichung her, die habe ich ja mit minus 3 multipliziert. Also steht hier minus 12x. Dann muss ich auch die plus 2y mit minus 3 multiplizieren. gibt minus 6y und minus 1,2 mal minus 3, Vorsicht, gibt nicht minus, sondern natürlich plus 3,6. Und jetzt mache ich das, was ich schon zu Beginn angekündigt habe. Linksterm addieren, Rechtsterme addieren. Also 1 plus 2 und ich sehe ja schon minus 12x und plus 12x, das wird sich am Schluss rausheben. Also 12x plus 10y, dann kommt ein Plus dazu, das spare ich mir aber hier. Plus minus 12x ergibt minus 12x und plus minus 6y gibt minus 6y. Und dann muss ich noch den Rechtsterm addieren. 2 plus 3,6. Und was jetzt passiert ist sehr hilfreich. Das 12x minus 12x fällt raus, weil das ergibt 0. Links bleibt dann stehen 10y minus 6y, das ergibt 4y. und rechts bleibt stehen 5,6. Hier sind wir etwas schneller fertig. Denn jetzt muss ich nur noch durch 4 dividieren und das ergibt y gleich 1,4. Das ging dann ziemlich schnell, aber am Anfang war es etwas schwieriger. Was wir jetzt noch brauchen ist, Vorsicht, das x, das y ist bereits berechnet worden. Das heißt, wir brauchen noch das x. Ich setze jetzt dieses y einfach in diese Gleichung ein. Also 12x plus 10 mal 1,4 ist gleich 2. 10 mal 1,4 gibt 14. Und wenn ich das auf die andere Seite bringe mit minus 14, dann bleibt rechts minus 12 stehen. Also 12x gleich minus 12. Dividiere ich hier durch 12, kann das x mit minus 1 festgehalten werden. Und jetzt habe ich beide Werte und die Lösungsmenge. x, Vorsicht, ist minus 1. Also nicht das, was wir als erstes berechnet haben, das war ja das y. Und y ist 1,4. Heute haben wir also gelernt, was das Additionsverfahren ist. Und manchmal ist das Additionsverfahren sehr, sehr hilfreich, aber manchmal muss man auch zuerst ordentlich erweitern und um die Ecke denken, dass dann eben am Schluss auch eine Variable rausfällt und wir die zweite berechnen können. Also ist das Additionsverfahren vielleicht nicht immer hilfreich, aber wir werden im nächsten Video oder in der nächsten Stunde sehen, dass es bei manchen linearen Gleichungssystemen eben sehr schnell zu Lösungen führt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathematikstunde. Tschüss!